Die Welt steht still, doch das Leben und die Arbeit gehen weiter. Einfach an einem anderen Ort, nämlich zu Hause in den eigenen vier Wänden. Homeoffice bedeutet, neue Abläufe zu etablieren, sich neu zu erfinden, neue Wege zu erkennen, wie kann man mit Kunden und Mitarbeitern kommunizieren. Zum Beispiel mit Video. Wir von Smobi machen seit vier Jahren nichts anderes. Wir haben uns spezialisiert auf einfache Produktionen mit dem Smartphone und haben nun unser gesamtes Know-how zusammengepackt in einen ultimativen Guide. Wie kannst du von zu Hause aus mit Video arbeiten, mit einfachen Mitteln? Das alles findest du auf smobi.ch. Wir werden unsere Homeoffice-Video-Hacks laufend ergänzen mit vertiefenden Blogartikeln, mit Links, mit YouTube-Videos, mit Erklärvideos, sodass du möglichst schnell von zu Hause aus ganz einfach kommunizieren kannst mit der Welt da draussen. Solange es halt nötig ist. Wir gehen davon aus, dass du zwei Dinge hast. Einen Computer und ein Smartphone. Alles andere beachten wir gar nicht gross, keine technischen Gadgets, das würde alles nur verkomplizieren, sondern wir versuchen möglichst einfache Tipps zu geben, dass du mit deinem Material, was du zu Hause hast, denn die Online-Shops, die haben ja eh Lieferverzögerungen, also dass du mit deinem Material gut arbeiten kannst. Video besteht ja eigentlich aus vier Elementen. Erstens, du brauchst eine Idee. Was möchtest du eigentlich erzählen? Dann brauchst du gutes Bildmaterial und einen sauberen Ton. Und damit gehst du dann in den Schnitt und verarbeitest das zu einem fertigen Film. Es ist ein bisschen wie Kochen. Ein Rezept, Einkaufen am Markt und dann in der Küche zu einer Mahlzeit fertigstellen. Aber es gibt auch noch andere Elemente, nämlich Livestreaming. Mit Videokonferenzen, direkt mit anderen Mitarbeitenden sich austauschen oder in Webinaren eine grössere Gruppe von Menschen zu schulen, zum Beispiel deine Kunden. Und last but not least natürlich auch das Livestreaming in die sozialen Medien, auf Facebook, Instagram oder YouTube. All das werden wir in unseren Hacks behandeln. Klick mal rein oder abonniere unseren Newsletter. Dann bekommst du regelmässig die neuesten Informationen, Tipps, Tricks und Hacks. Bleib zu Hause, bleib gesund, bleib dran.